Ja, mit dem Nagel war jetzt Scheiße! Wir machen jetzt ein Hundespezial. Mach mal Sitsi. Mach mal Sitsi, Kai-Uwe. Diva, komm mal her. Sitz! Und da habe ich meine beiden Komparsen. Perfekt. Na dann, du hast für den ersten Hack einen Scheibenabzieher. Damit soll man wunderbar Hundehaare vom Sofa bekommen. Dann würde ich mal sagen, ich kämm den Bub mal eben, ne? Komm mal hier, mein Papa, komm mal her. Ich hätte gerne, wenn mich einer kämmt. Komm mal bitte hier hin, mach mal bitte Sitsi. Bitte. Danke. Man hat ja immer irgendwie überall Hundehaare, ne? Das ist ja normal, aber ich habe halt einen guten Sauger. Ja, ich mache ja sofort weiter, Alter. Wenn ich irgendwo Hunde zu Besuch habe oder zu Besuch bin und die mögen das nicht so. Ach komm, Alter, lass mich dich mal ein bisschen hier noch machen. Dann bist du halt kämmen und dann finde ich, passt das auch, ne? Wenn der Hack denn funktioniert. Weil ich nehme ja nicht überall meinen Staubsauger mit, ne? Komm, das ist doch, ey. Junge, du wirst hier so gebürstet wie der Weltmeister. Du musst doch nichts machen. Du musst doch nur rumliegen, Typ. Ich gebe denen immer Futter und gehe mit denen spazieren. Und Nicole macht bei den beiden Vögeln immer das Gesicht sauber und kämmt die. Ja, das geht schon, aber nicht gut. Das ist nicht so toll. Das ist Schwachsinn. Staubsauger und dann fertig, weil, ganz ehrlich, das ist Tinnif. Ja, ist tatsächlich nicht so cool. Dafür vielleicht der Nächste. Bau uns aus einer Poolnudel, einer Decke und einem alten Pullover ein Hundekörbchen. Hier raus soll ich jetzt einen Hundekorb basteln. Also ich würde das jetzt hier zusammenkleben, da hätte ich schon mal eine Rundung, weißt du? Da hätte ich schon mal diese Außenform. Kai-Uwe, macht Spaß? Die Hunde ist ein Hunde. Buh! Oh, der ist Ratendoll der Typ. Alter, hör auf damit. Ich wollte dir doch ein Hundekörbchen da raus bauen. Schluss. Mensch, Typ. Simple Geschichte, ne? Die war. Komm mal hier. Geh mal da rein. Ja, so ist fein. So ist fein. Finde ich gar nicht so uncool. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Witzig. Schnell gemacht. Und die war scheint sich wohlzufühlen. Könnte ich jetzt eine Hundekorb-Dynastie mit aufbauen? Eine Nachfüllstation für deine beiden Lieblinge kannst du aus einer alten PET-Flasche etwas Holz und Klettband bauen. Kenn ich, kann ich, weiß ich. Kleiner Angeber. Ach, stopp, stopp, stopp. Das heißt ja nicht, dass ich trotzdem nicht ungeschickt bin. Boah, ey. Jetzt krieg ich den Nagel da nicht raus. Ja, bleibt da schön drin. Bleibt da schön drin, Junge. Boah, ey. Den leg ich mir beiseite. Der kriegt nachher voll vor die Fresse. Normal bohrt man das übrigens ein bisschen vor, weil das Holz spaltet sich halt sehr gerne. Klett hier dran. Einmal Klett an die Flasche. Und dann hast du nämlich eine niemals leer werdende Wasserstation. Ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt als Hundebesitzer braucht. Das ist nicht verkehrt. Aber ich bin so ein Typ, ich gucke schon, ob Hunde jetzt genug Wasser haben. Aber wenn du jetzt mal neun Wochen weg bist und die Hunde sollen Wasser haben, kannst du das natürlich machen. Es ist ganz witzig. Das kannst du wirklich den ganzen Tag stehen lassen. Und es gewährleistet, wenn du zwei Hunde hast, dass die bestimmt nicht das ganze Ding mal eben kurz weg saufen. Auf jeden Fall nicht bei meiner Kombi von Hunden. Und dann ist es ja eigentlich schon ganz cool. Weil hier hast du jetzt natürlich nicht so viel Auflagefläche vom Kleben her. Also da würde ich dann persönlich ne eckige Flasche bevorzugen. So, zack, zack. Wasser bitte. Dankeschön. Möchtest du was trinken, Schatz? So, dann kannst du natürlich hier. Das hier machst du voll. Das hört natürlich sofort auf zu laufen, wenn du da drunter bist. Und dann machst du dir hier einen Fixpunkt, wie hoch das kommen darf. Und zack. Die war? Wo ist die denn? Möchtest du was trinken? Komm mal gucken hier, Schatz. Nee, findest du scheiße. Okay, Uwe, guck mal hier. Hier ist das Wasser. Ja, ziemlich scheiße, Kumpel, ne? Besser? Ja, hallo. Hast du keinen Durst, Schatz? Guck mal hier. Nee, das ist der nicht geheuer. Da hat die Muffe vor. Er ist halt ein... Schewutzki, ne? Mein abschließendes Fazit zur Wassertränke ist jetzt, dass ich das gar nicht so schlecht finde. Ne, du hast halt den ganzen Tag hast du halt irgendwo Wasser drin. Ich würde es halt ein bisschen von den Elementen anders wählen, aber... Es gibt Schlechteres. Es gibt aber auch Besseres. Ja, ich finde es ganz cool eigentlich. Daffy testet neue Küchenhacks. Nee, ihr dürft da nicht zusammen gehen, Freunde. In der nächsten Folge von Daffys Hackshow. Ja. No Ja. 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 Vielen Dank.